Respektvoll langsam im Hafen und los geht's! Ich bin sehr gut, ich bin sehr gut, ich bin sehr gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sind jetzt hier gerade mit der Candela einmal von Schilksee nach Lavoe geflogen und dann ein paar 49er-Seglerinnen hinterhergefahren, die hier für Olympia trainieren. Also das wäre auch ein ideales Coachball. Es macht überhaupt keine Welle und fährt mühelos 30 Knoten. Ein sehr geiles Gefühl hier so übers Wasser zu fliegen. War eine interessante Erfahrung. Ja. 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 Ja.